genau so und um an den fähigkeitspunkt zu bekommen muss man da auf dieses podest was in der mitte genau geradeaus und da muss man drauf gleiten und zwar von da oben so hier rüber kommt man denn an diesen strudel und dann kann man da rüber gleiten ich hoffe ich schaffe es jetzt beim ersten mal ich war nicht ganz so das war jetzt nein das war shit und schon hat man den fähigkeitspunkt und